Oh, ge-wastete Zeit vergabt. Und so sieht das hier aus bei diesen kleinen Köpfen vom Medic. Guckt dir das mal an. So, jetzt wird meine Ansage gemacht. Sag mal, hallo. Warum sitzt ihr hier mit euren fetten Erschen auf dem Boden, während ich da in der Balachai warte, bis mal einer von euch kommt? Also, wenn ich mein Dispatches gucke, sind wir alle fertig. Ach so, ah ne, ihr seid, ah, mein Fehler. Ihr seid ja vom ADAC, sorry. Ich bin auch geistig verwehrt gewesen. Aber wichtig auch, meine Ansage zu drücken, nichtsdestotrotz. Ich war gerade so sauer, Digga. Yo. Olaf. Ey, was geht dir bei dem Blotts ab, Mann, fam? Ich ver... Was? Digga, das hab ich aufgenäht. Ja. Was geht hier bei dem Blotts ab, Mann? Keine Ahnung, Digga. Ich bin gerade im Krankenhaus aufgewacht. Was lasst du da so scheiße? Ja, wenn man im Krankenhaus aufwacht, weiß man das nicht mehr. Ach so. Danke, dass du mir das erklärst. Ja, danke, dass... Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Verdammtes Zeiße. Ey, die schießen hier rum, Mann. SEK, alles ist hier. Was geht bei dem Blotts ab, Mann? Keine Ahnung, Digga. Ich leg auf jetzt. Ich muss mir ein Auto organisieren, Bruder. Yalla. Ich brauche das Auto, Digga. Was ist das für eine Karre, Digga? Was ist da denn los, Digga? Kollegen. Hey, Kollege. Bist du da? Kollege, bist du da? Was ist bei euch los, Jungs? Oh. Wer seid ihr? Wir sind Schuka Parkour und... Wie warst du nochmal? Ich bin Ziggy Balls. Ziggy Balls? Ja, klar. Wir scouten hier gerade für die Blotts ein bisschen. Scouten wir hier gerade ein bisschen. Ja, das will ich auch gerade machen. Aber wie ist denn dein Name? Mein Name ist Olaf Schaaf. Ach, du? Olaf Schaaf, ey. Du bist für mich Schaaf. Du bist mal eben auf unser Level gekommen, so. Nein, nein. Ich bin Anton Burr. Ah. Aber wir sind jetzt aka Ziggy Balls und Schuka Parkour. Genau. Wir haben keinen Bock mehr. Das ist immer von so. Oha. Was ist denn hier los, Digga? Bei denen in der Hood. Ja, wir haben auch schon... Boah. Da steht einer am Wagen, Digga. Boah, das ist ja übelst Action, Mann. Ja, da sind irgendwie sechs Karren und ein Heli. Und wir haben aber nur sechs Leute gesehen, ungefähr. Ja, ja. Die sind gut, Digga. Da ist ja sogar SEK. Ja, natürlich. Alles, alles. Hast du einen Anruf gekriegt, Olaf? Also wir schon. Nee, ich bin im Krankenhaus aufgewacht, Digga. Ah, scheiße. Scheiße. Hast du überhaupt noch Knöpfen oder so? Na klar. Alles gut. Ey, Jungs, 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 Jungs. Ich laufe hier ein bisschen rum. Wartet mal. Ich passe mich mal euch an. Moment. Na klar, mach das. So. So, Typ. Sollen wir lieber Gleitschutz geben, oder? Nein, 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 alles gut. Ich gehe Untergrund. Viel Glück, euch. Wir hören uns. Ey, hau rein. Wir haben vielen Glück. Wer ist das denn jetzt? Hallo? Hallo? Wer ist da? Ah, hier ist Cousin. Cousin, was geht, Digga? Ich will nicht anders, meines Trinkes. Hast du das von dem Platz mitbekommen? Ja, ich bin gerade hier. Wo genau, Cousin? Bei dem Platz, direkt unten am Parkplatz. Pass auf, du bist angeschossen, Cousin. Nee, 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 nee. Alles gut. Kann ich dir weiterhelfen, Cousin? Ah, ist irgendein Auto, das du gerade bei dir, Cousin? Nicht mein eigenes. Ich müsste hier eins klauen. Wo bist du denn, Cousin? Ich bin da bei der Tankstelle. Ich bin unten bei der Straße, Cousin. Äh, ich komm kurz hin, warte. Wo ist denn die scheiß Tankstelle, Digga? Ist sie nicht hier? Wo ist die Tankstelle? Ich kenn mich hier nicht aus. Keine Ahnung, wo die Tankstelle ist, Digga. Unten an der Straße. Keine Ahnung, wo hier die scheiß Tankstelle ist. Cousin? Wo ist die Tankstelle? Und ich bin bei dem Platz, bei dem Eingang ist sie Cousin. Beim Eingang bei dem Platz. Ja, unten an der Straße halt, Cousin. Ich versteck mich jetzt auf dem Polizeiauto, Cousin. Sind da keine Bullen mehr? Hier ist ein Heli, aber mehr nicht, Cousin. Was sind da? Nur ein Heli, Cousin. Ein Helikopter, Cousin. Okay, äh... Aber der fährt gleich weg, Cousin. Okay, alles klar, Digga. Ich guck mal, ob ich hinkomme. Okay, bis gleich, ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Digga, das Problem ist, ich bin maskiert und hab Waffen dabei, Digga. Ganz schlechte Kombination. Ne, ganz, ganz schlechte Kombination, Digga. Ganz schlechte. Uff, da sind überall noch Bullen, Digga. Oder? Digga, geh doch doch mal ran, jetzt. Pablito. Yo. Hola. Yo, Pablito. Verdammte Sizer, Mann. Was ist bei euch los? Ich weiß, ich bin kranken und aufgewacht. Ich hör nur, Polizier, Polizier, hier, Polizier, da. Wo bist du? Ich bin bei dir in der Hund und beobachte gerade. Ach so, bist du in der Hund oder bist du irgendwo außer? Davor, davor. Ja, weil ich bin auch außerhalb. Ich kann nicht reinlaufen, weißt du. Und wo beobachtest du, verdammte Sizer? Von oben, von den Hilds an der Straße. Ach so, jetzt sick. Die Bullenrücken. Weißt du, niemand? Ne, ne, bleib erst mal da, Digga. Hier ist noch heiße Zone, Digga. Hier sind überall Bullen. Alles klar. Ich beobachte hier erst mal. Ja, ich beobachte erst mal, Digga. Ciao. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, was ihr hier gerade macht, Digga. Uh, da sind noch Schüsse an der Hund. Ich würde drauf wetten, Digga. Ich würde drauf wetten, dass da vorne die Autos nicht abgeschlossen sind. Ich sehe zwar einen Haufen Blaulicht. Ich sehe Polizeiautos. Mehr aber auch nicht. Uh. Herr Toast ist da. Oh, jetzt wird's kriegen. Oha. Jetzt gibt's Ärger, Digga. Oh, oh. Oh, oh. Herr Toast ist da, Digga. Ich hätte Bock, ein Polizeiauto zu klauen, sag ich so, wie es ist. Für einen Nervenkitzel. War das nicht Herr Toast? Doch, war, ich glaube, war das nicht Herr Toast? Ist auch scheißegal. Ich würde ihm nicht sterben. Danke. Oh, oh. Rein theoretisch gesehen könnte ich den Kollegen doch durch, äh, Kabelbinder anlegen und ihm zappzerrappen. Darf er nicht looten? Ist es Pablito? Der zappelt noch. Hm. Was ist das denn, Digga, für ein Bug? Der lebt doch noch, Digga. AFK. Ah, nee, ihr dürft... Nee, 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 tut mir leid. Ihr dürft... Nein, nein, nein. Bitte kurz E-Mode-Only. Aber rein theoretisch gesehen, Chat, oder meine Moderatoren, wenn der AFK ist, ist das ja sein Problem. Ich könnte ihn doch trotzdem Kabelbinder anlegen. Rein theoretisch gesehen. Pablito, also... Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, du hast es gelernt, Mann. Wo bist du? Ich bin, äh, am Friedhof hier, verdammt. Ganz zufälligerweise bin ich auch hier. Ach, du Scheiße, wo bist du? Oben auf dem Dach. Hier auf dem Gebü... Ah, okay, ich komm. Ich glaub, ich weiß, wo es ist. Bis gleich. Huch, da war wo die GoPro an. Ach, du Scheiße, bist du die ganze Zeit schon hier? Ja, ich wollte dich gerade schon ausrauben. Ich hab dich nicht erkannt. Nein, nein. Ja, du lagst mit deinem Kopf im Gebüsch. Da hab ich dir einen Kick gegeben. Ach, du Scheiße. Ja. Gott sei Dank, bin ich wieder bei Bewusstsein. Glaubst du, wir wollen die Bundeswehrautos da unten durchsuchen? Ja, wollte ich es gerade machen, Mann, verdammt. Ich schwöre. Glaubst du, glaubst du, die haben was hinten im Kofferraum? Hinten im Kofferraum? Wenn die was haben, Jackpot, verdammte Scheiße. Aber was ist, wenn nicht? Glaubst du, die sind... Oh, ich seh, die Bullen kommen gerade wieder. Ich seh, sie laufen. Oh, die haben irgendeine Leiche. Die haben irgendeine Leiche. Die haben irgendwelche Leute von euch, Digga. Die kommen hierher, die kommen hierher. Ruh, 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 ruh. Komm mit, komm mit. Ruh, 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 ruh. Also, stellt euch in Sicherheit. Verdammte Scheiße. Was wollen wir machen? Olaf, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Da kommt einer, da kommt einer. Wollen wir die abknallen? Sag mal einer Latina-Frau, ich habe sie geliebt, verdammte Scheiße. Warte, 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 warte. Wir können nichts machen. Warte, 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 warte. Willst du die abknallen? Ich habe keine Munition. Warte. Hast du Munitionskiste? Nein, nein, nein. Wenn wir hier schießen, mit lauter Waffe, kommen alle Bullen rüber. Sofort. Ja, das sind auch, das sind auch. Das ist glatter Selbstmord. Ja, Scheiße, wir müssen, glaube ich, einfach chillen ein bisschen. Warte, warte, lass mich mal kurz gucken, lass mich mal kurz ein anderes gucken. Warte mal. Welche Munition brauchst du? Die 300 Schuss? Ja, ja. Olaf, wir gehen direkt hin und sagen, der soll die Hände aufmachen. Der ist Jackpot, wenn wir den abziehen. Oh, Helikopter, Helikopter, Helikopter. Wenn wir den, wenn wir, der wird sofort den Panic, der wird dir sofort den Panic-Button drücken. Hier ist komplett voll, voll. Das ist im Grunde, Leute, das Einzige, was wir machen könnten, ist, den abknallen und abhauen. Als Rache. Okay. Dafür, dass sie dann die Kollegen. Das ist das Einzige, was theoretisch gesehen... Olaf, das musst du dann aber du machen, verdammte Scheiße. Ein Kopfschuss, oder was? Ja, gib ihm einen Kopfschuss. Aber wo hauen wir ab? Eine Gnade. Wo hauen wir ab? Über den Friedhof? Wir rennen, sieh, über den Friedhof rennen wir nach oben. Ich bin nicht dazu befugt, ihnen sofort Headshots zu geben. Geht nicht, verstehst du? Ja, ja, sieh, sieh, sieh. Oh, Polizei, 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 Polizei. Helikopter, Helikopter, ruhig, ruhig, ruhig. Das Ding hat keine Postleitzahl, aber bei 7029 fahren Sie hinter das Haus bei 7029. Psst, Olaf. Ja, ja. Der hört sich an, als wäre der frisch aus dem Kindergarten gekommen. Der will heute Abend noch ein bisschen Fortnite-V-Boxen und so. Ja, ja, sieh, sieh. Warte, warte, warte. Ich komme gleich wieder. Gut, zieht euch zurück, zieht euch zurück. Hinter Deckung, 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 Deckung. Gut, wie geht's denn? Ah, fuck. Ich habe neun Leute weggeholt. Nein, warum? Hast du gehört? Er hat neun Leute von mir. Du musst ihn ficken, Mann. Oder weißt du, was ich ficken muss? Nein, 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 nein. Pablito, da sind fünf Leute. Fünf Bullen. Fünf Bullen sind da. Okay, da hat gar keine gute. Das kannst du nicht machen. Fünf Bullen sind da. Scheiße, du hast recht, Mann. Verdammte Scheiße. Wir müssen einfach... Guck mal, noch einer fließt aus Kindergarten. Ich gebe den Mediziner mit dem Streifen warren Rücken weg. Ja, genau. Er hat uns nicht gesehen. Die sind weg, die sind weg, die sind weg. Ja, der hat uns nicht gesehen, der volle Böre. Warte, hier sind noch welche, hier sind noch welche. Wir haben heute Morgen hier auch nochmal fünf LCN-Lage gefickt. Die haben sich als Zivis verkleidet und wollten uns ficken. Und dann haben wir die gefickt, fünf Leute von denen zurückfotzen, Digga. Man darf sich anscheinend als Zivis verkleiden. Aber dann darf man nur als Fünfergruppierung arbeiten. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir warten, wir müssen warten. Pablito, ich weiß nicht, ob hier noch einer unter uns ist. Das weiß ich nicht, ob hier noch einer unter uns ist. Hier vor uns steht noch direkt ein Medikwagen. Direkt vor uns steht noch ein Medikwagen. Irgendwo sind hier noch welche. Warte, ich sag mal. Da ist keiner mehr, da ist keiner mehr. Ja, ja. Wo sind die hin, verdammt? Verdammtes Zeise, ich weiß auch nicht. Entweder, wer ist das? Wer, wer, wer? Der da vorne, der da vorne. Wer ist das? Ach, du Zeise. Ist das ein Kollege von dir? Ach, das ist Frank, verdammtes Zeise. Ist hier clean? Ja, ja, ja. Die vollidioten haben sich gesehen. Wer ist noch hier? Olaf. Oh, Bro. Weg mit dir, Fredermann. Ich bin seit, ich bin vor einer Stunde im Krankenhaus ausgewacht, kann immer noch nicht nach Hause. Ja, ich auch, Mann. Ey, wir... Olaf, was du mitgeschossen hast, oder was? Nein, ich wollte gerade. Hier standen aber fünf Bullen unten. Der eine hat sich gebrüstet, dass er neun von euch erschossen hat. Digga, scheiß drauf, das ist so Quatsch, das ist so Quatsch. Es sind 60 Cops da, verstehst du? Ich konnte aber nichts machen, ich habe ja keinen Stress mit denen, verstehst du? Ja, ja, scheiß drauf, scheiß drauf, verstehe ich. Das Ding ist, als Zivik, du musst mehr aufpassen, Mann, weil sonst legst du dich, weißt du? Ja, ich verstehe, genau. Aber... Du musst ein bisschen mehr aufpassen. Was hältst du davon, wenn wir vorne die Autos mitnehmen? Die Kopfautos? Da unten, das ist ein Bundeswehrler, Bro, das läuft auch da. Ja, aber wenn wir auf den jetzt schießen, Digga, dann kommen die ja alle hier hin. Ja, ja, wir warten kurz, dass er geht, dann nehmen wir die Kopfautos. Er fährt weg, er fährt weg, steck rein, steck rein, der wird sehen. Ja, ja, tschüss, tschüss, er sieht mich nicht. Micha ist noch im Auto, ne? Sitzt Micha in dem Auto da? Micha sitzt in dem Auto links von mir, in dem Band. Wer sitzt da? Ah. Micha ist in dem GT 63 da. Er versteckt sich, oder was? Ja, ja, weil die Scheiben getötet sind. Er ist da links hier, auf dem Parkplatz ist er. Ach, in deinem Auto? Ja, ja, in dem GT da. Ist Micha im Krankenhaus aufgewacht? Ja, ja, Micha auch und die da auch, die sind gerade hergekommen. Wir sind gerade... Verdammte Zeise, Mann. Zeise, verdammte Zeise, verdammt. Dann ist meine Sniper weg. Hast du deinen Sniper verloren? Ja, die hat Micha gerade. Nein. Ist das die von Sorsa und so? Nein, das ist meine. Nein, die ist bei mir. Deine private? Ja. Du hast Sorsa, weil Sorsa wollte ich haben, aber ich hab gesagt, ich hab die nicht. Das sind unsere, unsere, unsere. Ey, glaubt ihr, die Bullen Autos sind auf? Jungs, ich hab da mit Dings ge... Äh, der Bundeswehr ist im Auto aber da vorne drin, ne? Ist da einer drin? Ja, der ist auch eingestiegen. Du heilig, ich sessi. Soll ich mal hingehen und fragen, was los ist? Pablito, mach mal, Pablito, mach mal. Geh mal mit Lingling hin und frag, was los ist, komm. Ja, warte. Geh mit Lingling hin, mit Hendo, frag, was ist los. Ich wollt beten und so, sag ja. Okay, warte, warte, warte. Oh, und wenn da keiner ist, dann ruf Funk durch, dann kommen wir runter. Freut nicht rum wegen der Sniper, Schatz. Mach keine Maske, mach mal ohne Maske, Decke. Komm mit rein. Ey, Micha. Ja, warte, 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 der schaut, ob dort einer ist und sehen die Cop-Autos. Micha. Was die durchsuchen, manchmal sind die Waffen. Ja, bist du auch im Krankenhaus aufgewacht, oder was? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab, Micha, ich hab ein bisschen was gehört, bevor du im Krankenhaus aufgewacht bist. Du hast gefuckt, ich glaub, du hast gut rasiert, Bruder. Boah, so kenn ich mich, Digga. Du hast mies rasiert. So kenn ich mich auch. Ja, ja. Auch bei mir. Bei dir? Ja. Attila war auch gut, glaub ich. Ich weiß nicht, es waren so viele Stimmen, aber Micha ist am meisten ausgestattet. Der hat vor der Tür alles gefickt. Aber du warst aufs Dach gegenüber und du hast mies durchguckt. Ist da unten einer? Da kommt eigentlich einer von euch. Ja, Olaf, 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 Olaf. Micha, weißt du, wo meine Sniper ist? Ach, kann ich nicht sagen, Bro. Weiß ich leider nicht. Warte auf, Pablito wartet hier. Da ist einer safe im Auto. Pablito, da ist einer im Auto, ne? Gib mir mal, gib mir eine Bombe. Gib mir eine Bombe. Gib mir eine Bombe. Mir, Mir. Ups, sorry. Ah, verdammte Sesse, warum schlägst du mich, Mann? Verdammt, Pablito, ist da im Auto? Nein, da ist gar keinem Auto. Dann komm, lass die Autos nehmen. Ja, da gibt's nichts. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gibt's nichts. Wir haben noch ein Auto. Hast du geguckt, Pablito, ob was drin ist? Aber das, was drin ist, Micha, das, was drin ist. Ah, okay. Mein Ei? Ey, Jungs, ich glaub, wir können... Jungs, ich hab keinen mehr im GPS da. Ich glaub, wir können da hin. Ich glaub, es fährt. Liga, als ob da nicht ein... Als ob da nicht irgendwie ein LMG oder so drin ist oder irgendwas. Ja, aber die sind abgeschlossen. Ich glaub, wir können wieder rein in die Hunde. Da ist keiner mehr GPS zu Hause. Komm, komm mit deinem Auto. Wir rennen alle hin mit Hände hoch, aber... Ah! Ah, ah! Diese scheiß Kante! Oha. Ja, ich glaub, wir wollen noch nicht zurück. Die Rutz, weil da noch ein bisschen was los ist. Oh, warte, bleib stehen. Ich nehm den Schaft. Der ist kaputt, Digga, glaub ich, oder? Ich reparier den einfach. Ich steig ein, Olaf. Ach, fuck, warte. Warte, Big Soße ruft mich an gerade. Wer ist denn im Reichenwagen? Und wer ist da drüben? Jo, Soße. Es ist Olaf. Wo bist du? Ich bin mit deinen Jungs unterwegs hier. Ersteck mal ein. Ja, aber ich bin drei mal so oft gewachsen. Lass zum Fram. Oha, ey, Jungs, 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 warte. Wer? Jungs, Bitcoin hat gerade vor Big Soße seinen Augen Marcel Herries mit der Tasche und hat er erschlagen. Was? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich kann ihm meine Koordinaten schicken. Ja, sag, wo du bist. Ich bin mit deinen Gang-Jungs unterwegs gerade. Ey, Jungs, Bitcoin hat gerade vor unseren Augen Soße erschlagen. Ja, okay, schick mir, schick mir deine Koordinaten. Nein, dein Ding ist erschlagen. Marcel wird erschlagen. Herries, Herries hat er sein. Herries, Herries wird erschlagen. Soße, schick mir seinen Standort jetzt. Weil Marcel Herries hat wohl gesagt, er will Big Soße töten und dann hat Bitcoin Herries, also macht alles keinen Sinn, Digga. Ich komme hier in der Stadt nicht mehr klar. Ich hole schon mal die Waffen steigen der Zeit aus. Pablito, wir müssen los. Bro, Sosa ist irgendwo in Klemme. Der hat einen Standort geschickt. Wir müssen ihn frei. Bin draußen. Weil Auto voll ist, weil Auto voll ist, Mann. Wofür soll ich unnötig warten? Ja, Micha kommt doch noch rein, Junge. Was regst du dich so auf? Micha kommt noch hier rein. Frag die anderen Jungs kurz, Bro. Wir sind unterwegs. Wir müssen Sosa holen. Hat irgendjemand noch eine Schussweste jetzt kurz? Ja, gebe ich dir doch gerade, Bro. Achso, alles easy, Kuss. Hast du? Ja, habe ich. Ich setze sie kurz an, danke dir. Ja, okay, okay. Heidi Jalla, was hat Sosa gesagt, was er für Stress hat? Ja, wir holen dich ab. Ja, dass Bitcoin vor seinen Augen irgendwie Marcele schlagen. Genau, das hat er mir auch gesagt, genau, richtig, ja. Du brauchst Waffen, oder? Achso, ja, easy. Olaf, was hast du für eine Waffe? Äh, langen Waffen. Let's go, Jungs. Wer ist bereit zu ficken, Mann? Let's go, steig ein. Guck mal, wer zeigt. Olaf macht nochmal. Nur die Stimmung ein bisschen auch, Alter. Da unten rechts läuft einer. Ah, Madik. Hier ist gerade ein Madik gelaufen. Ja, mit wem steht er da? Wer ist das? Das ist Bitcoin. Ach, Digga. Das ist doch Bitcoin. Ey, komm dir mit rein. Lass ihn erstmal. Er schießt ihn nicht. Zwei passen hier auf, zwei Leute. Ich will, tut mir leid, das war aus Versehen. Okay, warte. Kommt ihr mit rein? Ja. Digga, sind das Crips, oder was? Nein. Ich schildere mal, was passiert ist. Das ist Marcel Hayes auf dem Boden. Ey, also. Pass auf, Schwaa. Was schildert das? Das sind meine Männer. Meine Männer. Ich hör ihn. Ach, Manolo. Es ist ein Mannolo. Ruhe Frieden, Hermano. Die Stadt wird immer gegen uns sein. Übel spannend gerade. Oh nein, ich bin nicht bei dem Platz. Ich bin einfach Freund. Oh, du kleiner Wichser. Ja, Jungs, schubst mich rum, Mann. Verdammt. C, verdammt. Es waren gute Männer. Wollte ich mir sagen, mach nur das weg, oder was? Ja, mach nur das weg. Machen wir das weg, gefahren, C. Damit können wir. Ich kann den Gras nicht raufen, Mann. C. Ich habe eine Frage. Frank, Ola. Wieso warst du heute bei der Bundeswehr, um zu sagen, dass ich einen Attentat auf die Planung habe? Ehrlich gesagt musste ich irgendwas sagen, um Marcel auszuholen. Mein vermeintlicher Freund. Und es hätte sich sowieso herausgestellt, dass das nicht stimmt. Ich habe eine Razzia kassiert, Mann, deswegen. Bei euch? Mhm. Wegen deinem Call habe ich eine Razzia kassiert. Meine Männer sind gestorben und ich habe auch meine Waffen aus dem Lager verloren. Was sagst du dazu? Darf ich fragen, wer dir das erzählt hat, dass ich das gesagt habe? Mein Kontakt aus der Bundeswehr. Ich habe direkt, während du da stand, einen Anruf bekommen. Mhm. Okay. See. Ich habe es auch nicht geleugnet. Wie gesagt, eigentlich war das eine billige Information ohne Hand und Fuß, die sie bekommen sollten, damit ich reinkomme, um Marcel zu befreien. Ich habe es getan. Er ist sich befreit. Er ist entkommen. Warum sagst du nicht die Crips, Mann? Warum die Platz? Warum die Platz? Weil die Crips, Merder. Es lachen doch alle über die Venom-Täder schon. Oder Hustler, Mann? Die Hustler, Merder. Die Hustler. Die sind auf ein Anwesen von der Ferderen, Merder. Die sind nicht mal Straße. Das ist nicht die Definition von Straße, Merder. Das ist irgendein Gang. Irgendein Gang, der sich bei den reichen Leuten unterbringt und sagt, sie, wir sind Gangster, Merder. Bendejo, die Merder. Mentiroso, Kaliberga. No, das sind keine Gangster. Und wen soll ich dann erwähnen, sie? Vor wem hat die Bundeswehr Angst, wenn nicht vor euch? Klaro, nehme ich die Platz als Beispiel. Mr. Bitcoin, soll ich dir mal eins sagen? Warst du nicht heute Mittag bei mir? Kannst du nicht? Haben wir da nicht gesprochen wie Männer? Was hast du mir gesagt? Haben die Platz ein Problem mit mir und meinen Jungs? Was habe ich dir gesagt? Ihr interessiert uns nicht. Mr. Bitcoin. Eine Stunde später. Gehst du da hin und machst du was? No, das war nicht meine Intention. Pass auf, ich kann verstehen, du hast es getan. Dir ist vielleicht noch Wut, weil du sauer warst, weil ich da letztens nicht runtergekommen bin. No, glaub mir, das war nicht das. Aber ich habe heute meine Waffen und meine Männer verloren wegen der Razzia. Die stehen doch alle hier, bewaffnet. Du hast ein Mensch im Krankenhaus aufgewacht. Meinst du, ich bestehe aus zehn Leuten? No problema. Si, kann ich verstehen. Mhm, deswegen... Das ist scheiße gelaufen. Worte ich für die Entschuldigung für die fünf Millionen. Die Waffen. Fünf Millionen. Und als Schadenersatz für die Medikamente, die Jungs, ich hoffe mal, die schaffen das. Fünf Millionen. Und das bringt heute nichts, dass ich ein Blatt gerettet habe und meinen Freund für ihn getötet habe. Oder diese Sache jetzt nicht angenommen. Ich denke, Marcel hätte nicht die Eier gehabt, den Blatt zu töten, man. Ist doch scheißegal, mir doch bei der Stadt oder nicht. Ich stand hinter ihm. Bewaffnet, selber verteidigen können. Ich stand hinter ihm. Das macht nichts zur Sache, man. Ich habe durch die Aktion mehr verloren, als ich gewonnen habe. Du hast Sosa gewonnen. Das ist doch was Gutes. Sosa ist einer von uns genau wie die anderen, man. Bei mir ist jeder gleich viel wert. Damit meine ich... Jeder wird in einer Familie gleichberechtigt sein. No problema. No problema. Ich will keine Lorbeeren ernten, weil ich Sosa geholfen habe. No problema. Ich habe nicht dem Blatt geholfen, sondern Sosa als Person. No problema, hermanos. Was ich aber nicht verstehe ist, wieso wird immer direkt gegen mich reagiert? Wieso gehst du zur Bundeswehr und sagst, dass wir gegen die anderen untergeladen haben? Ja. Es gibt 50 andere, die du nehmen kannst. Ich habe meine Forderung gestellt. Romy, Jungs, hört mir zu. Er hat Zeit bis 12, Mann. Ich habe das Geld jetzt hier. No problema. Gib mir dein Konto. Dann machen wir das direkt hier. Ich habe mich dann auch hier. Und dann kannst du dein Weg gehen. Und ich gebe meine Waffe. Was ist mit dem Waffe? Die haben doch keine Waffe. Was willst du noch bei Waffe? Willst du meine Unterhause-M***erder? Nein, ich gebe dir hier. Die haben keine Waffe ab. Was machst du, Pablito? Hott ihr irgendjemand den Call gegeben? Wieso tötest du ihn? Hott ihr, was halt deine Fresse, Mann? Warte, was halt deine Fresse? Wieso tötest du ihn? Wenn euch das Geld wichtiger ist, als dass er mich hier beleidigt vor euch und er schlägt, dann okay, dann gib mir mein Blatt doch, verdammte Scheiße. Wir hätten das Geld nehmen können und dann töten für dich. Verdammte Scheiße, seid ihr so geldgeil oder was, verdammte Scheiße? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Was ist passiert mit dir, Bro? Was ist passiert mit dir? Wie, was ist passiert mit mir? Beleidigt mir und gib mir ein Schlapp vor euch, verdammte Scheiße. Junge, er ist umzingelt von zehn Leuten hier. Beleidigt, lass ihn doch. Trotzdem ist er umzingelt. Okay, was hat das gefordert? Weißt du, wie viel Gramm das gewesen wäre, Mann? Fünf Millionen? Damit hätte ich Saussers Jahresbedarf an Weed bezahlen können. Verdammte Scheiße, ich besorg dir heute noch die fünf Millionen, ne? Junge, es geht nicht um das Geld, oder? Du hast 30.000 auf dem Konto, verstehst du nicht? Es geht darum, um ein Zeichen zu setzen, Mann. Verstehst du? Du bist blöd, Mann. So hatte ich dir, Mann, schon ehrlich. Manchmal handelst du einfach, du bist Mexikaner, Mann. Du bist zu impulsiv. Das hat nichts mit Mexikaner zu tun. Er ist einfach so impulsiv. Das war Quatsch, Pavlito, Mann. Das war wirklich sehr, sehr Quatsch. So, und zum Abschluss ruf ich einen Defekt und wir machen hier eine Schießerei gegen die Cops. Wie wär's damit, Jungs? Mit ihm. Verdammte Scheiße. Du hast du nicht irgendeine andere Forderung, wenn ich gerade mit jemandem reden bin und schlägst ihn nicht, Mann. Das war Quatsch, Mann. Naja, Jungs. Packt eure Sachen, wir gehen. Das war's mit meinem Gras, Mann. Das war's mit meinem Gras, Mann. Ich besorgte, komm mit, ich besorgte dein Gras. Komm mit, ich besorgte dein Gras. Das wird 100% Konsequenzen haben. Also das letzte Mal, als wir hier waren, habe ich mit Marcel Eres und Mahmoud 15 Cops abgeknallt. Egal, das ist Quatsch. Was gerade... Das war ziemlich schlecht, Chat, ja? Das war sehr schwach. Schlecht im Sinne von... Das wird Konsequenzen haben, meine Autorität dort in Frage zu stellen. Das erlaubt sich... Möhe, das tut mir leid, aber das dürft ihr euch auch nicht erlauben. Und Papita ist recht nicht. Aber ihr macht das ja auch nicht, weil ihr das wisst. Ja, fertig. Das war darum... Es ging mir nicht darum, um das Geld, Bruder. Ich hätte auch eine Million spostern können. Es ging mir darum, Zeichen zu setzen. Oder es ging darum, dass wir auf der Straße keiner mit uns ficken kann. Keiner. Kein Mr. Bitcoin, keine Kartelle. Gar keiner, Digga. Gar keiner. Aber das war Quatsch, das war Quatsch. Keiner kann mit uns ficken, Mann. Und er bringt ihn um. Ja, die uns ficken sind die Bundeswehr, weil die mit 80 Mann kommen. Und wir haben ja trotzdem gebeten. Und trotzdem haben wir ja gut gegen die Cops. Ich habe nicht gescheppert, aber ich glaube nur in meine Richtung. Ja, was soll ich sagen? Auto ist oben, Auto ist oben. Aber sag mal so, du hast dein Bestes gegeben. Wir müssen hier runter, Jungs. Ja, wir müssen hier runter. Ah, verdammte Scheiße, Mann. Aber so ist er. Ja, wichtig, wichtig. Erzähl mir das. Wie war das jetzt genau? Er hat Marcel, wollte er töten und du hast ihn dann als Geisel genommen? Oder wie war das? Nein, nein, ganz anders. Erzähl. Also Marcel wollte vor Bitcoin ihn beeindrucken, weil er ja Bitcoin ein bisschen Stress mit dem Platz hatte. Und hat gesagt, ich würde auch Sosa abknallen bei dem Platz. Und hat so gesagt, Sosa hat keinen Nutzen für mich. Ich würde ihn direkt abknallen. Aber würde er eigentlich nicht. Der hat das nur gesagt, um gut zu stehen da. Dann hat Bitcoin, dachte es halt echt, und hat ihn dann abgeknallt. Lass mich ausstecken. Also nicht abgeknallt, hat ihn umgehauen. Und dann war Bitcoin da und jetzt sind wir alle hier. Ziemlich suboptimaler Ausgang, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, ist es auch. Also ich verstehe Pablito. Er ist emotional und will sie nicht beleidigen lassen. Aber das war so der schlechteste Ausgang. Ja, war es auch. War der OG da und wenn der OG sagt, so und so ist es, dann ist es so, ob es ihm passt oder nicht. Verstehst du? Ja, ich will mich nicht in eure Rangordnung einmischen, etc. Ich bin nur ein Freund. Aber ich kann ja als neutraler Beobachter einfach sagen, dass es ein ziemlich schlechter Ausgang war. Das ist ja Quatsch. Weil jetzt war einmal Blut vergossen gerade. Man hätte aber, man hätte das beenden können. So, indem man sich die Hand reich gelt nimmt. Was ihr danach macht? Okay. Aber so wird es darauf hinauslaufen, dass noch mehr Kopfschmerzen kommen. Meine persönliche Meinung ist, ihr hättet ihm so oder so theoretisch gesehen eine Kugel in den Kopf jagen müssen. Weil bei der Bundeswehr anzurufen und zu sagen, die haben Anschlag auf euch vor. Der ist nicht doof, der ist das Kali-Kartell, der weiß, dass bei euch eine Razzia ist und gefickt wird. Das hat er nur gemacht, um euch zu schwächen. Ich weiß. Er hätte auch Hassler, er hätte alles an können. Ja, ja, ja. Das war eine billige Ausrede von ihm zu sagen, die sind hier Pferdestall. Ist scheißegal. Aber jetzt hast du auch wieder eine andere Sicht, oder? So ist er. Ja, normal. Deine Ehrlichkeit. Ja, weiß. Schwierig. Okay, komm, fahren wir erstmal tot. Hat jemand was zu essen? Ich habe ihn doch angelungen. Wir haben doch deswegen heute keine Razzia kassiert. Haben wir doch gar nicht. Deswegen was haben wir denn Razzia kassiert? Die Razzia haben wir gerade kassiert, weil Marcel eine Bundeswehr, der hier Ops genommen hat. Haben wir so zusammen. Hat Mr. Bitcoin nicht bei der Bundeswehr angerufen? Du hast gut gepostet. Hat er. Er war erst dahin. Pass auf, ich erkläre die Situation gerade. Er war bei der Bundeswehr und hat gesagt, die Blatt planen einen Attentat auf die Bundeswehr. Und da oben meinte ich halt, dass wir deswegen eine Razzia kassiert haben damit, aber haben wir ja gar nicht. Aber er hätte ja trotzdem davon ausgehen können, dass sie eine Razzia bekommt, oder? Genau, deswegen habe ich es ja gesagt, um diese Forderung zu stellen, damit er kapiert, er soll nicht mit uns ficken, weil er hätte die da direkt bezahlt, egal wie viel ich gefordert hätte. Stark. Weil wenn nicht, dann hätten meine, ja, weil dann hätte, pass auf, weil wenn, wenn er das nicht bezahlt hätte, er weiß es, er ist auch, guck mal, ihnen gehört auch bald eine Fraktion. Meine Jungs hätten seine Jungs die ganze Nacht ficken können, weil meine sind einfach besser ausgerüstet als sie. Keiner ist so gut ausgerüstet wie die Blatt zur Zeit. Nur die Lost, nur die Lost halt, weißt du? Deswegen ist die Lost ja da oben auch, da wo sie sind, bei ihm kann sie so ein Monopol. Jimmy ist ein weiser Mann. Ja, Jimmy ist ein sehr guter Mann. Jimmy ist auch schon lange hier. Der ist dreimal so lange hier wie ich, weißt du? Ja, 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 natürlich, verstehe. Länger, Digga, länger. Noch viel länger. Der ist sechsmal so lange wie ich hier. Ja, der hat das alles hier auch mit groß gemacht, also, der ist es, dass der was drauf hat, ist klar, man, weil der macht das auch dreimal so lange wie wir alle, weißt du? Der ist schon lange in dem Gangship drin, ja. Jimmy, Bro, Lobtress, Interpress. Achso, ja, ja, ja. Ey, Jungs, ich hab frisches Gras, muss ich das erst verpacken? Ich wollte halt einfach ein Zeichen setzen, dass er checkt, okay, nervt die Platz nicht, sonst ficken die nicht so mäßig, dass wir uns das halt auch nicht gefallen lassen. Ruf um Pablito, ruf mal her. Pablito hat ihn getötet, um es dann alles vergessen, Mann. Ruf Pablito mal her, oder? Der ist wieder der Einzige, der nicht hier ist. Aber wie meinst du, er wird alles vergessen, da wird doch nur... Ja, er hat mit der Revolver geschossen, das durchlöchert den Körper. Ja, das ist mir klar, aber trotzdem, unabhängig davon, ob er im Krankenhaus auffällt oder nicht, wird es trotzdem einen Rattenspanz mit sich bringen. Das wird einfach so... Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja, ja. Aber das ist ja für uns egal, Mann. Ich warte nur auf eine Situation, um ihm zeigen zu können, wer die Platz sind, damit er endlich einfach von uns los ist und jemand anderen nervt. Was denn? Wir wollen hier einfach unser Ding machen, unser Geschäft in NRF, ne? Mit Pablito. Was ist mit Pablito? Jungs, ich geh mal kurz in die Ecke, pissen, komm gleich wieder. Ja, wie gesagt, kurz pissen. War natürlich trotzdem richtig babbermäßiger RP-Abend, muss man ganz fairerweise sagen. Am Anfang hab ich gedacht, oh, bei der ganzen Action nicht dabei gewesen, aber am wichtigsten war ich dabei, wo Bitcoin den Headshot bekommen hat. Mauer ist jetzt noch ein Video. Wie gesagt. Was? Wie gesagt. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal.